Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, vor fast zwei Jahren haben wir uns hier das letzte Mal getroffen, um über dieses Thema zu reden. Grund war es, dass die Deutsche Bahn AG angekündigt hat, mit dem Fahrplan Wechsel sämtliche Nachzugverbindungen, die sie selber betreibt, einzustellen. Ich erinnere mich sehr gut, wir standen hier und alle Redenden haben von ihren eigenen Erfahrungen in Nachtzügen berichtet, und wir waren uns einig, das waren schöne Erfahrungen, und damit endete unsere Einigkeit. Die Deutsche Bahn AG hat uns damals gesagt, wir können die Nachtzüge nicht mehr selber fahren. Warum nicht? Zum einen ist die Konkurrenz von Billigfliegern und auch die Hotelkosten, die deutlich gesunken sind, die dagegen stehen. Zum anderen aber auch die Tatsache, dass das rollende Material veraltet ist und auch keine Zulassung mehr hat und für teures Geld hätte nachgerüstet werden müssen. Und zum Schluss auch die Tatsache, dass die Betriebskosten so hoch sind, unter anderem durch erhöhte Trassenpreise im Ausland. Ich weiß es selber, meine Lieblingsverbindung Berlin-Brüssel ist aus diesem Grund eingestellt worden, schon wesentlich früher, weil einfach die Trassenpreise in Belgien so hoch waren, dass es keine Kunden mehr gab, die diesen Preis bezahlen wollten. Aus all diesen Gründen hat uns die Bahn gesagt, obwohl unsere Züge eine hervorragende Auslastung haben. Und Herr Gastel, ich kann mich noch erinnern, Sie haben uns hier berichtet von Ihren Erfahrungen, dass Sie mehrfach versucht haben, kurzzeitig in einem Nachtzug zu reservieren und die Auskunft gekriegt haben, er ist ausgebucht, ich komme nicht mehr rein. Die Bahn hat uns das bestätigt, ja, das ist so. Aber trotzdem haben wir eine Situation, dass wir pro Jahr 30 Millionen Euro Verluste einfahren. Und die Frage war, was ist zu tun? Die Bahn hat uns gesagt, wir können diese Verluste nicht übernehmen. Wir kündigen aber an, dass wir ein neues Konzept machen, dass wir also die Möglichkeit für Reisende auch über die Nacht von A nach B zu kommen anbieten. In unserer Diskussion gab es einige, die der Meinung waren, das müsse man nicht abwarten, sondern man könne auch da mit Steuergeldern reingehen. Das war ein Konzept, das ich sehr froh bin, dass die Koalition das abgelehnt hat. Denn dieses Geld hätte uns im System Schiene an anderer Stelle gefehlt, wo es eventuell einen wesentlich höheren Nutzen hätte haben können. Und wenn ich mir das heute anschaue, dann war es gut, dass wir gewartet haben, bis die Bahn ihr Konzept vorgelegt hat. Denn die Situation heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch eine sehr komfortabel. Wir haben zum einen die schnellen ICE. Und wir haben als Koalition und Bundesregierung dieser Legislatur ja auch sehr viel Geld ausgegeben, um diese schnellen Städteverbindungen zu fördern. Als Letztes wird unter anderem das Projekt Deutsche Einheit 8182 im Dezember eröffnet werden. Die Folge ist, dass die Verbindung von München nach Berlin um glatte zwei Stunden schneller ist. Das heißt, wir werden dort deutlich mehr Verkehre auf die Schiene kriegen. Und das ist auch gut so. Als Zweites hat die Bahn den Nacht-ICE eingeführt. Ja, Herr Ferlemann, dort können Sie kein Bett buchen. Das ist richtig. Aber Sie können diesen Zug nachts nehmen. Und er hat Liegesitze, die deutlich komfortabel sind als das, was man früher in den Nachtzügen als Liegesitze verkauft haben. Und als drittes Segment haben wir tatsächlich die Nachtzüge. Die Bahn hat die Kooperation mit der ÖBB, mit der österreichischen Bahn gemacht. Aber es ist ja nicht nur die ÖBB. Sondern wir haben ja auch weitere ausländische Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Nachtzugverbindungen anbieten. Zum Beispiel die ungarische Bahn. Zum Beispiel die kroatische Bahn. Und von Moskau über Berlin nach Paris. Auch durch die russische RZB. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine sehr gute Lösung. Und wir hören auch, dass sie hervorragend angenommen wird. Trotzdem sind wir als Koalition der Meinung, dass es Optimierungsbedarf gibt. Das Erste ist, dass die Deutsche Bahn uns auch im Verkehrsausschuss erklärt hat, dass die Tarifeinheit mit der österreichischen Bahn nur ein Versuch ist. Also, dass man gemeinsame Tarife hat, dass man gegenseitig die Tickets anerkennt. Wir sind deutlich der Meinung, das darf nicht nur ein Versuch bleiben, sondern das muss verstetigt werden. Und hier fordern wir die Bundesregierung auf, auch ihren Einfluss geltend zu machen, um die Deutsche Bahn davon zu überzeugen. Außerdem muss es natürlich auch auf die anderen Kooperationspartner übertragen werden. Ich hatte ja gesagt, es sind mehrere ausländische Eisenbahnverkehrsunternehmen, für die muss das auch gelten. Der zweite Punkt, den wir angesprochen haben, ist die Tatsache, dass wir im Prinzip den Beginn, der Beginn ist ja schon gemacht, eigentlich ein europäisches Nachtzugkonzept bräuchten. Wir haben, das wurde schon gesagt, sehr viele Verbindungen in den Osten Europas, in den Süden Europas, nur ganz wenige in den Westen Europas. Wir brauchen ein europäisches Nachtzugkonzept. Dazu müssen wir technische, administrative und Wettbewerbsschranken einreißen. Es kann nicht sein, dass Nachtzugverbindungen zum Beispiel durch überhöhte Trassenpreise in anderen Ländern das Wasser abgegraben wird. Das wollen wir nicht. Und wir glauben, dass die Bundesregierung da auch noch eine sehr wichtige Aufgabe hat, nämlich zusammen mit unseren europäischen Nachbarn ein solches Konzept auf die Beine zu stellen. Der dritte Punkt, den wir in unserem Antrag angesprochen haben, ist die Frage der Buchung. Es ist sehr schön, dass wir solche Nachtzüge haben. Es bringt uns aber wenig, wenn wir die umständlich auf irgendwelchen Internetseiten suchen müssen. Das Buchungssystem muss eingepflegt werden. Es muss einfacher werden. Die Leute müssen hingewiesen werden auf diese neuen Möglichkeiten. Ich denke, da gibt es auch noch einiges für die Bahn zu tun. Und der vierte Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt, er wollte heute auch schon angesprochen, ist nämlich das Thema Personal. Die Bahn hat uns vor zwei Jahren zugesichert, dass das Personal, das für ihre Nachtzüge nicht mehr benötigt wird, innerhalb des Konzerns adäquat weiterverwandt wird. Wir haben auch von den Personalvertretungen gehört, dass das in vielen Fällen passiert. Aber viele Fälle sind eben noch nicht alle Fälle. Ich glaube, dass wir da weiterhin ein Auge draufwerfen sollten, dass diese Ankündigungen und Versprechungen auch eingehalten werden. Der letzte Punkt, den ich hier anspreche, ist die Tatsache, dass wir gerne einmal in der Legislatur einen Bericht von der Bundesregierung hätten, wie es mit diesen Punkten weitergegangen ist. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt, dass wir nicht sagen, wir haben jetzt in dieser Legislatur zwei- oder dreimal über Nachtzüge geredet, jetzt muss auch gut sein, jetzt lasst man die Bahn arbeiten, sondern wir sagen, das ist ein Thema, das liegt uns wirklich am Herzen. Und diese Punkte, die wir gefordert haben, diese Nachbesserungen, diese Konzepte, die wir auflegen, das möchten wir als deutsches Parlament verfolgen. Das können wir nur, wenn die Bundesregierung uns regelmäßig einen Bericht gibt, damit wir als Parlament überlegen, ob es Punkte gibt, wo wir nachsteuern müssen. Und insofern freue ich mich, wenn wir uns hier alle wiedersehen, zu einer Nachtschlafenden oder vielleicht zu einer etwas prominenteren Zeit in diesem Parlament, um auch weiterhin diesem wichtigen Thema unser Augenmerk zu schenken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Matthias Gaster das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön.